Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Internationaler Gerichtshof zu Israels Militäreinsatz im Gazastreifen. Die Richter in Den Haag wollen heute über einen Eilantrag Südafrikas entscheiden. Darin werden sofortige Schutzmaßnahmen für die Palästinenser und das Ende der Militäroperationen gefordert. Das Verfahren zum Hauptvorwurf Völkermord dürfte allerdings noch Jahre dauern. UN-Sicherheitsratssitzung zu Absturz von russischem Militärflugzeug. Russland wiederholte den Vorwurf, die Ukraine habe die Maschine vorsätzlich abgeschossen, in der sich auch ukrainische Kriegsgefangene befunden hätten. Die Vertreterin der Ukraine sagte, man sei nicht über die Zahl und Art der Transportmittel zur Beförderung der Gefangenen informiert worden. Bauernproteste in Frankreich. Die Agrargewerkschaften des Landes haben unter anderem zu einer Kundgebung in Paris aufgerufen. Die Landwirtinnen und Landwirte wollen bereits auf dem Weg in die Hauptstadt mehrere Autobahnen blockieren. Die Bauern protestieren seit Tagen gegen als zu gering empfundene Einnahmen und viele Vorschriften. Das Wetter. Heute von Nordwest nach Südost zum Teil kräftige Regenfälle. Dazu vor allem in der Nordhälfte sehr windig bis stürmisch. Am Nachmittag von Nordwesten her Auflockerungen bei 6 bis 13 Grad. Also in der Nordwest runterzbrochen, die Weltkrieg sind am Nachmittag oder in der eurer Handblick. Aber dasilde died possibile, dass die Vorbe Jubel aufgrund der Zeit nicht ausgerieben ist. Vielen Dank.